Oh, die riecht ich schon mal gut. Also, ist glaub ich ein guter Jahrgang, riecht auch ganz lecker. Wie geht's halt so? Lass uns das mal spülen, Jungs. Stell dir mal vor, da wird jetzt einer Kacken-Wild. Da liegt jetzt einfach so ein Bottich mit Käse drin. Oh, die riecht.